ja servus ca freunde urlaub das heißt es kann endlich wieder ordentlich gezockt werden ja ich bin ein bisschen erkältet das heißt wenn meine stimme so ein bisschen komisch ist dann sorry ist halt gerade leider so ja was machen wir heute ich werde einfach mal ein paar spiel machen um wieder reinzukommen wenn wir uns mal meine player card angucken dann werdet ihr feststellen ich habe ich bin mit allen fraktionen und in allen spielmodi unrankt keine ahnung wann das das letzte mal der fall war das liegt schlicht und ergreifend daran dass ich jetzt wirklich drei vier wochen glaube ich gar nicht gespielt habe und ja zeit um wieder so ein bisschen reinzukommen den ross abzuschütteln und das werden wir jetzt einfach mal tun einfach mal die suche starten und dann hoffen wir das beste ich hoffe das wird jetzt so ein bisschen wie fahrrad fahren dass man es quasi halt auch wenn man zwei jahre nicht gemacht hat dass es dann schon wieder irgendwie geht aber wir werden sehen könnte auch peinlich werden aber schauen wir einfach mal in den patch notes und so bin ich auch so gar nicht drin in den neuen weiß dass hier die jägerinfanterie mittlerweile wohl ziemlich nice sein soll keine ahnung aber fürs erste zum reinkommen bleibe ich jetzt erst mal bei ja bei den bekannten sachen ja woran man sich auch wieder erst gewöhnen muss wenn man jetzt eine ganze weile lang battlefield gespielt und wenn man da auf suchen drückt dann dauert es halt ungefähr eine sekunde bis man ein spiel hat daher wie sinnvoll das war das video jetzt zu starten vor der suche weiß nicht ich hoffe mal das wird jetzt nicht zu lang dauern naja in der zeit kann ich mir unter umständen mal die dritten so ein bisschen angucken hier wurde nichts gemacht hier wurde auch nichts gemacht hier wurde was gemacht ich weiß nicht so genau was das gerät hier kann dass man bei null cp hat das haben wir auf jeden fall mal austesten müssen ansonsten ist hier glaube ich auch alles gleich geblieben genauso wie beim guten alten feuersturm luftwaffe wurde auch nichts geändert austrin ist kein call in sondern kann man bauen weiß gar nicht ob das nicht sogar schon länger so ist die jägerinfanterie wurde glaube ich ein bisschen stärker gemacht spec ops auch nichts gemacht wir haben ein spielchen dann hoffen wir mal das beste ja supi gleich mal hier so ein ich glaube das ist so ein chinesen freund gegen amis hier wurde auch irgendwas gemacht das kann ja nur schief gehen naja und mein auge tränt das auch schlecht ist aber gut die schlacht beginnt gleich wir müssen diese position einnehmen wurde eigentlich irgendwas gemacht ich glaube nicht volksgrenadiere sind da ziel umfassen in verteidigungslinie formieren wenn wir das ziel erreichen vorsicht vor einem gegenangriff ziel gesichert das geht los Trupp abrücken wir haben uns hier auf vorbereitet stürmen und den bereich verteidigen werforder zu dem bereich vorrücken wir wechseln den stand dort los feindliche geschaffen die kämpfe auf Beweggung! Beweggung! Volksgrenadiere bereit zum Einsatz. Mit rein in das Gebäude! Vorsicht vor einem Gegner. Bereit machen zum Rückstoß. Achtung! Waffen bereit machen. Ziel ist gesichert. Deckungsfeuer! Deckungsfeuer! Bereit machen für den Kurs. Los geht's! Grenadiertrupp vorbeherrn! Marsch! Bewegung! Gruppe! Bereit machen für Befehle. Es geht los! Feindlicher Beschuss! Feindlicher Beschuss! Deckungsfeuer! Die Männer sind... Bewegung! Schnell! Gruppe! Verteidigung! Feuer! Feuer! Anpassen! Schießt auf die Vorlesung! Kein Feindkontakt! Deckung! Bereit! Gruppe! Bereit machen für Befehle. Grenadiertrupp vorbeherrn! Einsatz! Auskommen! Marsch! Volksgrenadiere sind da! Ausrücken! Lauf! Bereit halten! Bereit halten! Befehl gilt bis zum Erreichen des Ziels. Werden angegriffen! Das ist kein... Pass auf eure Deckung auf! Bewegung! Verschieben! Zusammenbleiben! Das Zielgebiet ist hinter weichlichen Linien. Bereit! Neu formieren! Neu formieren! Waffen bereit machen! Grenadiere nur unter Beschuss! Stehen unter Beschuss! Keine Feindkontaktivität! Achtung! Waffen bereit machen! An die Arbeit! Bewegen! Bewegen! Alter, wie stark sind die? Befehl gilt bis zum Erreichen des Ziels. Ziel umfassend! Ein Aufbau abgeschrieben! Während ihre Einseite bereit! Sichern und halten! Beeilung! Zu dieser Position! Wir hatten angegriffen! Während wir den Bereich sichern! Bereit! Los geht! Erwarten Befehle! Bewegung! Los! Versammelt und neue Befehle! Erfolgt sie! Bereit machen zum Vorrücken! Der Trupp ist wieder vollzählig! Reihen schließen! Gegenangriff abwehren! Sichert diese Position! Verteidigungsstellung während Eroberung einnehmen! Es geht los! Gruppe! Bereit machen für... Wir haben uns hier auf Vorbereit... Stürmen und den Bereich verteidigen! Los! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Ich kann von ganzem Herzen sagen... Fit und bereit! Versorgungshalbkittenfahrzeug erwartet Befehle! Vorrücken in das Gebäude! Aufbau abgeschlossen! Einfach vorrücken! Abrücken! Schnappschuss! Oder du bist für... Wir sind unter Wälder! Der Rheinwald zum Abstoß! Renadiere... Gut! Erbringe in den Fallgebiet vor! Alles knapp bleiben! Frum! Vorwärts! Schuss! Sicher das Fahrzeug! Position aufgebaut! Umbau starten! Los geht! Der Oberhofer ist abgeschlossen! Keine Falle wie eine... Position stürmen! Warst die Distanz! Siehe! Wie das Tinterhandel ist, hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schwere Maschinengewehr, Truppe einsatzbereit Truppe, bereit machen für den Kampf Nach vorn, vorwärts, Marsch Fit und bereit Antipersonenminen hier verteilt Truppe wieder bei voller Stärke Unter Beschuss angreifen Dort, wir gehen zu dieser Position Da, sichern diese Stellung Ziel gesichert Struktur aufgebaut Wir wechseln den Standort Los Vorrücken in das Gebäude Bereit machen zur Bewegung Ausrücken Die Männer sind intensiviert In das Gebäude, jetzt! Grenadierer, steigen, vorwärts Grenadiere werden abgegriffen Einsatz bereit Lauf, nicht aufhören Schießt weiter Achtung, bereit machen für den Kampf Eine Einigung, vorwärts Grenadiere bereit Der Wart wird benutzen Der Wart wird befehle Rückzug, Stellung und Verlacht Beförderung, bereit Versammelt, beschuss, los geht's Zerschlagen, die mit Kreuzfeuer Kontakt, tiebe schluss Anhand zum Angriff Und dann schluss das Handfeuerwoppel Bereit, Marsch, Bewegung Nachladen Ressourcensektor wurde von der Versorgungslinie abgeschnitten Grenadiere bereit Trupp, abrückwurz Nicht von der Stelle Bein, Achtung Ja, fuck you Die Schlacht wurde gewonnen Ja, hat sich irgendwie Komisch angefühlt Aber es war gar nicht so schlimm Wie ich gedacht hab Also es war eigentlich ganz okay Und der Typ Ich weiß nicht Irgendwie kommt mir diese Kombination von Behinderten Schriftzeichen bekannt vor Ich glaub der Ist gar nicht so schlecht Gerankt Ähm Schauen wir doch einfach mal Aber so Für den Einstieg So zum ersten Mal War das ja eigentlich Gar nicht so schlecht Ähm Kollege Was warst du für einer Na ja Immerhin schon mal Gleich wieder Mit Top 150 eingestiegen Das passt ja erst mal Ja Gar nicht so schlecht Der Kollege Ja wie gesagt Zum Einstieg gar nicht Mal so scheiße Ich hab's mir ehrlich gesagt Schlimmer vorgestellt So von den ganzen Abläufen Vom Klicken her und so Es hat sich zwar echt Strange angefühlt Irgendwie jetzt gerade so Aber ja Fürs erste war das Gar nicht so schlecht Ähm Ja nehmt das mal so als Einstieg So als erste Rückmeldung Für den Urlaub Und Ähm Ja wie gesagt Der Plan ist jetzt Das erste Mal Weihnachtenmorgen Ähm Und dann so ab Dem Sag mal Zweiten Weihnachtsfeiertag Geht's dann weiter mit Streams und Videos Von daher Danke fürs Zuschauen Frohes Fest nochmal Ähm Bis denne Tschö